Ungarn-TV, pünktlich zu Ostern, ein Spektakl. Ja, normalerweise sind an Ostern die Eier blau, grün, gelb und wie auch immer. Und wir haben passend dazu gefunden den blauen Wein. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben richtig gehört und gesehen, was ist blauer Wein. Und wo habe ich den gefunden? Ich den Oma. Ich musste bis nach Spanien reisen dafür, um diesen spektakulären Wein ausfällig zu machen. Wir haben uns dann direkt mal eine Flasche bestellt und haben gedacht, was in Spanien gut ist, kann ja auch für Ungarn gut sein. Und gerade am Ostern, bei so vielen blauen Eiern, wäre doch der blaue Wein auch nicht schlecht, oder? Jetzt haben wir ihn hier. Ich werde ihn jetzt mal checken. Ich muss schon sagen, es ist schon ein bisschen was Besonderes. Ja, wenn man an Wein denkt, dann habe ich natürlich den roten Wein oder den Weißwein vor mir. Aber jetzt so ein blaues Glas, das hat schon so ein bisschen Lifestyle-Charakter, oder? Egal, wir testen ihn jetzt mal. Wie gesagt, sieht cool aus, trendy. Und für Freunde des lieblichen Weines kann ich nur sagen, das ist ein ganz edler Tropfen. Sehr lieblich, also sehr sweet. Also wirklich im Lifestyle-Bereich mit Sicherheit ein Top-Produkt, was ich mir hier auch in Ungarn vorstellen kann. Neben den guten roten aus den Balaton-Regionen, einen guten blauen aus Spanien. Warum nicht? Vollmundig, mit 11,5% Alkoholgehalt ist das mit Sicherheit ein Wein, den man auf der ein oder anderen Party genießen kann, gerade im Sommer. Man sollte ihn auf jeden Fall kalt genießen, das steht ja auch nochmal extra ganz aus drauf, kalt servieren. Dann hat das mit Sicherheit eine Chance für den Sommerwein 2018. Vielleicht auch in diesem Sinne, bestellen kann man das übrigens bei der Firma Geek, Bluewein Geek auf Facebook zum Beispiel, kann man sich das anschauen. Wir blenden das gleich auch nochmal ein. Solltet ihr auf jeden Fall mal anschauen. Ist auf jeden Fall mal eine ganz lustige Geschichte. Und zu Ostern haben wir gedacht, das könnte euch gefallen. Also neben den blauen Eiern auch den blauen Wein. In diesem Sinne, ich wünsche allen Ungarn-TV-Zuschauen wunderschöne Ostern, herrliche Tage, hoffentlich ein bisschen besseres Wetter. Aber mit dem blauen Wein soll der ganz schnell blau und dann ist das Wetter immer gut. In diesem Sinne, tschüss, bis nach Ostern. Ciao.